Ob das so eine gute Idee ist? Hoffentlich war das jetzt nicht verkehrt. Zum Glück hat sich das jetzt geklärt. Ach, da sind ja unsere Freunde wieder. Oh mein Gott, ist das heftig. Gott sei Dank sind wir jetzt aus der Höhle raus. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir da drin geblieben wären. Oh. Oh. Ashley sieht vor allem ihre Zustimmung. Sie haben sein Vertrauen in sich selbst gestärkt. Ob das so gut ist? Ja, dann hoffe ich es mal. Ich bin mal gespannt. Oh nein. A Sim was the third. Huh? Klasse. Was macht dich das? A Sim sagte, du wusste, wie zu survivieren. Er konnte nur sagen, die Schule wäre sicherer mit dir da. Ich vote für dich, weil ich dich liebte. Aber für ihn? Es war besser. Ich dachte, du solltest wissen. A Sim war richtig. Wir waren sicherer. Wir waren mehr Angst als wir uns verletzten, als du uns kennengelernt hast. Du hast das gehen. Das ist sehr schön, du zu sagen, Ten. Danke. Das ist okay. Jetzt sind wir aus dem Gefangenen und zurückgekommen. Es macht uns das. Ich mag es sein. Wenn Marlon noch in der Aufgabe war, dann wären wir nach woher. Oder tot. Insofern war wir zurück. Weil du uns gezeigt hast, wie. Wir waren nicht sicher mit Marlon. Auch in seiner sichersten Zone. Wir waren einfach... ...hiding. Oh, was war das denn? Ich glaube, da ist irgendjemand. Oh, Violet. Violet! Du hast es geschafft. Du bist alles lebend. Ich wusste nicht, dass du wirklich lebend bist. Ich musste versuchen, dich zu finden. Du hast mich gefunden. Oh, Zeus. Das ist so schön. Ja, sie sind okay. Sie holen den Karten und gehen zurück zur Schule. Wir sind sicher, Clem. All we gotta do now is find our way home. Any idea which way that is? I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. Sehr schön. Das hört sich an einem Plan an. Aber ich hab so das Gefühl, dass da noch was auf uns zukommt. Dass es jetzt nicht so glimpflich nach Hause geht. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe dich vor. Ich hatte... Ich hatte kein Schraub hier. Ich habe terrasselt, dass ihr... Ihr... Ihr seid galt. Ich war mir gut. Ich habe vor die Grünen. was ich würde, wenn du weg bist. Und ich wusste, wie verdammt wunderschön ich war über Minnie. Für ein ganzes Jahr. Ich war so in die Verlust, und Sophie, ich versuchte alle, die mich interessiert haben. Marlen, Brody, Louis, sogar du und AJ. Ich versuchte, mein Verlust nicht zu interessieren über beide von dir. Und... ich konnte dir noch nicht sagen, warum. Ich weiß, wo du kommst. Nachdem du so viele Menschen verlierst, manchmal ist es einfacher, dass jeder auf der Kugel zu halten. Und dann fragst du, warum du so hart bist, um zu leben zu bleiben. Ich wundere nicht mehr. Jesus, alles ist so anders. Ich, wir, die Schule. Ich erinnere mich, wie Marlen beschreibt, was wir in Ericsson zu machen. Das ist nicht so, wie viele von uns es in der Kugelung haben. Wie warst du es in der Kugelung? Ich glaube, ich... nicht. Ich habe nur gehört, was Marlen sagte, wie es wäre ein Haus, ein reales Haus, aber ich konnte nicht wirklich wrapen mich um es. Das Baumhaus. Definitiv. Das Baumhaus. In der Kugelung. Ich habe mich auf meine walkie-talkie und spiele für Stunden. Ich versuchte, es war ein 船, und ich war Piraten. Oder es war ein Iglu, und ich war ein Hunter. Oder ein Kastel, und ich war eine Prinzessin. Wirklich? Wie mit frillig und Tiara? Ja, aber auch eine sword. Eine Prinzessin. Ja, das waren noch Zeiten damals. Ericsson kann immer das Haus sein, das Marlen hat. Als wir zurückkommen, werden wir wiederholen. Es wird viel Arbeit, aber du bist recht. Es ist wert. Das ist so schön, dass wir die Zukunftspläne haben. schwer zu erinnern. Ich meine, wir kämpften, es schafften. Es fühlt sich mehr als Haus als immer, aber es nicht. Wisst ihr, was das Problem ist? Das stupide fucking Name Ericsson. Willst du ihn wiederholen? Ja, f*** den Mann. Wir sollten uns etwas cooles nennen. Gefängnis, aber nicht wie was für Namen. Süß. So schön. Oh, ich glaube, da ist die Brücke, von der Violet eben gesprochen hat. Ist auf jeden Fall eine ganz schön große Brücke. Sieht nicht einladend aus. Okay. Mal quere die Brücke. Gibt hier noch irgendwie was, was man irgendwie einsammeln könnte? Ne, sieht sehr leer aus. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, nach so vielen Jahren ist diese Brücke jetzt nicht mehr die sicherste. Dass das Auto hier quer steht, oder der Lester ja gesagt, das macht es jetzt gerade nicht einladen, da wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Da müssen wir jetzt springen. Das kann jetzt was werden. Uiuiui, da geht es ja ganz schön tief runter. Verdammt. Oh, shit. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Die hat aber ja schon was im Schlepptau. Ich hab's gemacht. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Oh, Ted. Mein süßiger Bruder. Komm mit mir. Du bist so schrecklich. Du bist so schrecklich. ja, ich bin. Ich bin endlich zu einem Ort besser. Ich will dich dort mit mir. Du bist so bescheuert. 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 Sie kann versuchen, mich zu stoppen. Aber ich gehe nicht zu einem Ort ohne dich. Die Nacht wird bald wieder. Ach du Scheiße. Sehr gut, AJ. Ach du Scheiße, es ist schon so weit. Ich weiß halt, die Leute nicht mehr haben. Ach du Kack. Oh, Kack. Oh. Fuck. Voll ins Gesicht. Das war jetzt nicht geplant. Okay. Okay. Top front. Oh, schau. Ach du Scheiße. Verdammt. Oh Mann. Nice. Verdammter Bogen. Du bist einfach etwas in meinem Leben. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Auf die Fresse. Scheiße, die Wand an. Mann. Gott. Komm schon, komm jetzt weg mit dir. Mahlzeit. Get across. I'll get ten. Oh, shit. Oh, shit. Violet, please jump! Oh, shit. Oh, my God. Oh, my God. No, no, no. That's right. Come with me. No! What the fuck? How could you do that? I had to. You wouldn't ever see Texas 2 if I didn't. I did it for you. For me. I can't. Ten is gone! That soft little boy who liked a drug, he's gone because of you! AJ saved your life, Bai. You'd be dead if he hadn't taken that shot. You think that's okay? Just gunning down one of our own. I didn't want to shoot him. He was my first real friend. But he was messing up again, just like when he got Mitch killed. So I had to decide. Klim said I could, so I did. Goodbye, Tommy. Oh, shit. Wie viele kommen denn da jetzt noch? Move! Move! The monsters are going to trap us! I know! Move! Move!